ja einen wunderschönen guten tag oder guten abend ja ich lukas schönen gegründer von one dream one show show entwickler connector und künstler ja gestern war für mich wirklich vorgestern gestern ein wirklich krasser tag das meeting mit karsten steyer und martin kind da ist mir halt in dem gespräch so klar geworden und erst mal unfassbare dankbarkeit habe ich da dass die beiden sich unterhalten konnten und dass ich die beide zusammenbringen konnten er zusammen bringen konnte von der persönlichkeit her übersteigen die sich sehr beide sind sehr durchsetzungsfähig konsequent und haben ein unglaubliches stehvermögen für das was sie tun und eine sache ist mir in dem gespräch so klar geworden kind ist ja für mich jemand der hat ja unfassbar viel einfluss aber trotzdem einer der wenigen die wirklich offen sind gegenüber leuten mit neuen ideen und da ist mir erst mal klar geworden wie wenig reiche und vermögende leute es wirklich gibt die wirklich jungen leuten ein offenes ohr geben und dafür bin ich ihm sehr dankbar und ich hoffe der bleibt noch lange unter uns ich hoffe der bleibt gesund und wie unglaublich schwer es gründer haben start ups haben mal bei solchen investoren ein fuß in die tür zu kriegen selbst wenn es die tollste idee ist und du weißt ja erst den wert dahinter wenn du wenn du die person siehst du weißt ja erst was bringt es wirklich welchen wert hat diese idee wirklich wenn du die person siehst erst dann weißt du es ja weil die das konzept ist in der regel ja die person und auch bei mir es macht gar keinen sinn eine e mail zu schreiben weil ich das konzept bin das ist das geht über meine geschichte es geht über mein mindset und vor allem wenn man sich persönlich kennenlernen will und persönlich vorstellen will da ist es ja auch für den investor oder unternehmer wichtig zu wissen welches mindset hat der bin ich überhaupt sympathisch mit dem überschätzt er sich unterschätzt er sich gibt kann ja auch sein denkt er wirklich innovativ denkt er wirklich groß warum ist ihnen das so wichtig weil der investor arbeitet ja nicht dafür deswegen muss ich herausfinden warum ist ihm das wichtig warum glaubt er so daran habe ich irgendwie etwas übersehen was was er weiß weiß der wirklich was menschen brauchen hat er so ein gefühl dafür was finde willensstärke hat der ist der bereit wirklich durch strecken zu gehen über mehrere jahre so wenn du diese fragen alle mit mit also positiv beantwortet hast erst dann macht es ja wirklich sinn überhaupt über die idee zu sprechen ne ganz geschweige denn vom ersten eindruck her an den ersten eindruck hast du nicht nicht gut per mail das hast du nur wenn du mal an der tür klopft und sagst hier kann ich darf ich reinkommen alleine die ersten drei sekunden den ersten eindruck kannst du nicht berichtigen und bevor ich den ersten eindruck dann mit der e mail kaputt mache stelle ich mich lieber persönlich vor so hat er erstmal zeit gespart hat einen besseren eindruck und das vertrauen ist gestärkt und du weißt danach wesentlich besser nach den 30 minuten bescheid ob das sinn macht oder nicht wenn du 30 minuten eine e mail durch forstest da hast du danach einen viel viel schlechteren eindruck und hast dort zeit vergeudet weil die zeit einfach mal sinnlos investiert ist nichts geht über einen echten menschen den du da siehst und nichts geht darüber den kennenzulernen weil erst wenn du den kennenzulernen kannst du wirklich auf einer gestandenen grundlage entscheiden ob das hier sinn macht oder ob das keinen sinn macht das finde ich mal wichtig zu erwähnen und irgendwann wenn so viele reiche und vermögende leute gibt ja ganz wenige ausnahmen aber wenn sie halt ganzen ideengebern die jungen start-ups und selbstständigen halt nicht mehr durchlassen die ganzen türen immer geschlossen bleiben dann werden wir halt in zukunft immer weniger entwicklung innovationen und ideen haben in unserem land die wirklich für für die entwicklung unseres landes wichtig sind und wir brauchen doch junge selbstständige start-ups aber wenn immer nur die tür zu bleibt und man immer für einen termin für ein offenes ohr bei den ganzen reichen da betteln muss dann würde ich irgendwann auch sagen ja du ich habe keine lust mehr ich bekomme ja eh kein offenes ohr für das was ich mache werde ich ja eh nicht wettgeschätzt und kommt ja eh mal kein kein lob oder hast du mal irgendwie gut gemacht oder findest du toll das kommt ja in der regel alles nicht die sind ja sehr verhalten ähm weil sie ja nicht die hoffnung äh schüren wollen ja in der regel sind solche leute halt sehr 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 zurückhaltend aber trotzdem ist es keine ausrede guten leuten wenn du wirklich das gefühl hast der will der kann warum steht der da so lange hinter ist es keine ausrede solchen leuten kein offenes auch zu geben und ihr macht es auch genau richtig wenn ihr solche leute wie mich unterstützt wenn ihr wirklich seht mensch da ist ja jemand der der haut wirklich rein und den lohnt es auch mit zu unterstützen auch mal eine empfehlung zu geben an denen und denen ähm und das hat ja auch jetzt äh ja haben viele gemacht er sagt natürlich keine namen und diesen leuten bin ich halt dankbar und wünsche mir natürlich dass es noch mehr sind die für menschlichkeit einstehen die für ein herzliches miteinander einstehen und die für respekt einstehen nämlich genau darum geht es in dieser musikshow ähm in verbindung mit musik weil nur musik erreicht die menschen nicht ein blöder vortrag musik ist da das beste kommunikationsmittel und wer welcher künstler vermittelt das besser als michael jackson so seine musik ist geil kennt jeder und diese message muss einfach über generationen hinweg weitergetragen werden weil ich kenne keinen einzigen künstler der so für diese werte einsteht für das was wirklich im leben wichtig ist wie michael jackson und das sollte unterstützt werden meiner meinung nach und deswegen sollte man sich nicht zu schade sein jungen leuten die dafür einstehen mit herz und seele brennen äh einen termin zu geben ja es geht immer weiter und danke jeden der support leistet